So, ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem bevorstehenden Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue, zu dem uns bis dato rund 200 Fans begleiten werden. Tagesgasse öffnet zwei Stunden vorm Spiel, die Fahrt ist nicht so weit. Wir freuen uns natürlich über diejenigen, die uns kurzfristig begleiten und vor Ort unterstützen. Damit auch schon das Wort an unseren Chef-Trinner Stefan Leitzels. Stefan, es war eine lange Trainingswoche quasi auf das Spiel in Aue. Wie steht es um das Personal und wie ist die Mannschaft vorbereitet zum jetzigen Stand? Bitte. Ja, danke, Uli. Ja, erstmal Servus zusammen. Kommen wir gleich zum Wichtigsten, zum Personal. Es ist so, dass wir momentan zwei kranke Spieler haben, mit dem Stefan Kutschke und mit dem Christian Tresch. Die werden individuell betreut und auch heute Nachmittag nochmal individuell trainieren. Und dann muss man abwarten, wie es dann letztendlich aussieht. Ansonsten sind die anderen Jungs alle an Bord und sind fit zur Trainingswoche. In der Tat, wir hatten eine lange Woche. Wir haben sehr, sehr intensiv gearbeitet. Die Mannschaft hat unheimlich fokussiert gearbeitet, hat richtig gut mitgezogen. Und ja, jetzt befinden wir uns in der Endphase auf die Vorbereitung für Aue. Wir haben heute nochmal im taktischen Bereich das eine oder andere ausprobiert. Und ja, jetzt freuen wir uns einfach auf das Spiel in Aue. Auf ein neues Stadion in Aue. Auf ein sehr schönes Stadion. Auf viele Zuschauer. Und natürlich auch auf eine große Unterstützung von unseren Fans. Insgesamt habt ihr ja, denke ich, euch was vorgenommen, was gut zu machen gegen Aue. Ein Spiel, das man in der Hinrunde ja verloren hat, was man gar nicht verlieren kann, oder? Bei 30, 5 Torschüssen. Wie erlebt man sowas als Trainer? Ja, zum einen war es natürlich schon so, dass wir erstmal nicht wussten, warum wir das Spiel verloren haben. Wenn wir ehrlich sind. Also ich glaube, wir waren in allen Belangen überlegen. Wir haben sehr, sehr viele Torschancen auch gehabt. Die haben wir leider nicht verwertet. Im Umkehrschluss war es für uns ein unheimlich wichtiges Spiel, weil wir sehr viele Erkenntnisse aus dem Spiel gezogen haben. Und ja, haben wir dann im Anschluss dann auch viele Dinge dann auch in den einzelnen Spielen richtig gemacht. Und ja, von Revanche zu sprechen, weiß ich nicht. Wir haben das Spiel verloren, dass du nicht verlieren darfst zu Hause. Für uns geht es einfach darum, diese konstante Leistung von Fürth zu bestätigen. Diese mannschaftliche Geschlossenheit zu bestätigen gegen eine Mannschaft, die eventuell etwas verunsichert ist. Ja, die haben jetzt dreimal verloren. Und das wollen wir natürlich ausnützen. Nach dem Gesetz der Serie habt ihr ja ganz gute Karten. Bisher hat es ja noch keinen Heimsieg gegeben in dem Duell. Was erwartest du in Aue, speziell auch von Aue? Ja, das ist schon eine Mannschaft, die einen klaren Plan hat, Fußball zu spielen. Also spielen einen guten Ball, muss man wirklich sagen. Sie haben sich in der Vorrunde da einen Punktepolster auch angesammelt, wo vielleicht der ein oder andere gedacht hat, auch eine kleine Überraschung, dass die da so stabil durch die Liga gehen. Aber das hat alles Hand und Fuß, was die Jungs da machen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass das Selbstbewusstsein ein bisschen angekratzt ist einfach, weil sie jetzt dreimal verloren haben. Und genau da müssen wir einfach in diesen wunden Punkt reinstechen. Wir haben Selbstvertrauen getankt, vor allen Dingen durch das 3-0 gegen Fürth. Und das wollen wir einfach auf den Platz bringen. Und dann geht es auch nicht darum, sich zu sehr mit dem Gegner dann zu beschäftigen, sondern dass wir unsere Stärke und unsere Mentalität auf den Platz bringen. Und die müssen wir auch bringen. Und dann haben wir auch gute Chancen, da zu gewinnen. Eine Frage noch zu Hauke Wahl. Ist er wieder voll einsatzfähig? Hauke war so, dass er zu Beginn der Woche ja noch pausiert hat. Aber er ist jetzt wieder im Mannschaftstraining. Danke auch. Benni Siegmund, Neuburger Rundschau, bitte. Jetzt hat später noch Tobias Schröck bei uns. Er hat jetzt Hauke Wahl in der Innenverteidigung ersetzt. Könnte jetzt wahrscheinlich Christian Dresche Mittelfeld ersetzen. Wo sehen Sie den Spieler denn am stärksten? Mittelfeld, Abwehr? Ja, das ist das große Plus vom Tobi Schröck, dass er sehr flexibel einsetzbar ist. Er kann sowohl auf der Sechs als auch als Innenverteidiger, aber er kann auch als Rechtsverteidiger spielen. Das hat er in Würzburg auch gemacht. Ich glaube, für ihn persönlich, oder er sieht sich eher als Sechser, möchte da auch auf dieser Position spielen. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man ihm eine Position gibt, wo er dann auch kontinuierlich zum Einsatz kommt. Und ob das dann die Innenverteidigerposition oder die Sechserposition ist, das wird man dann sehen. Almog Kohn wird wahrscheinlich auch wieder mit dabei sein. Planen Sie daher Änderungen oder hat der junge Max Thalhammer sogar die Chance, wieder von Anfang an auf dem Feld zu stehen? Ja, hat er natürlich, weil er sehr ordentlich gespielt hat, der Max. Er hat ein gutes Debüt gezeigt. Er hat die Woche richtig gut trainiert. Almog ist Gott sei Dank wieder gesund und fit und hat auch richtig gut trainiert. Von daher haben wir mehrere Optionen, wie wir spielen können. Und wir haben auch jetzt im Training das ein oder andere ausprobiert. Und jetzt werden wir morgen nochmal gucken, wie es aussieht mit dem Kader dann auch, ob Christian Dresch zurückkehrt. Das sind alles Optionen oder Fragezeichen, die noch offen sind. Und dann werden wir uns letztendlich für eine Formation entscheiden, die sicherlich in der Lage ist, in Aue zu gewinnen. Ja, es geht einfach darum, schon den Sieg zu bestätigen. Aber es geht auch darum, dass wir gewisse Tugenden immer wieder auf den Platz kriegen, Woche für Woche. Und diese Tugenden, die in der zweiten Liga einfach gefragt sind, das aggressive Spiel, die Zweikampfhärte, die Zweikämpfe auch anzunehmen und erst mal den Widerstand, der ja definitiv kommen wird, aus Aue auch, den anzunehmen. Und wenn wir bereit sind, als Mannschaft das zu tun, dann wird sie immer unsere fußballerische Qualität auch irgendwann mal durchsetzen. Und das ist aber erst mal der erste Schritt, den wir auf den Platz bringen müssen, um erfolgreich zu sein. Und das haben wir einfach gegen Fürth gut gemacht. Da waren wir stabil, wir lassen nichts zu. Und das ist mal die Basis und die Grundvoraussetzung, dann auch um Spiele zu gewinnen. Und das erwarten wir einfach von den Jungs. Und das ist mal die Basis und die Grundvoraussetzung.